Willkommen bei Samovie. Super Wetter war es heute draußen, richtig schön sonnig, genau richtig also, um über einen genauso sonnigen Film zu sprechen, nämlich über Top 5. Erstmal ein dickes Danke an Paramount für diesen lustigen Film. Er macht gute Laune, bringt einen Witz nach dem anderen und macht den Abend oder den Tag, je nachdem wann man den Film sieht, perfekt. Im Film geht es um Andre Allen. Der ist ein echtes Comedy-Talent und Filmstar. Er wurde sogar zum lustigsten Mann des Jahres gekürt. Aber jetzt hat er keine Lust mehr, den Clown zu spielen und hinterfragt sein Leben. Von nun an will er sich ernsthafteren Filmprojekten widmen. Das Problem ist, keiner interessiert sich für seine neuen Karrierepläne, sondern eher für seine geplante Hochzeit mit dem Reality-Star Erika Long. Sein Leben ändert sich noch einmal komplett nach einem Interview für die New York Times mit der Journalistin Chelsea Brown. Gespielt wird Andre Allen von Chris Rock, der gleichzeitig für das Drehbuch und für die Regie verantwortlich ist und der dabei, nach sehr vielen Meinungen, eine echte Glanzleistung verbracht hat. Der Film ist eine extrem lustige Romanze mit rauem Humor à la Chris Rock, so wie wir ihn kennen, der aber gleichzeitig auch mit der Smart-Heit von Andre Allen punkten kann. Elektrisierende Witze, clevere Gesellschaftskommentare und messerscharfe Einzeiler wurde das in einer Pressekritik auf Filmstaats.de genannt. Und bei all dem kann ich auch nur zustimmen. Der Film ist für alle Comedy-Fans wärmstens zu empfehlen. Seht ihr das genauso? Fandet ihr den Film auch so genial? Müsste ich Sterne oder Punkte für diesen Film vergeben, würde ich 5 von 5 Sternen vergeben. So viel steht fest. So viel erstmal zu Top 5. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Samovie.